hallo und herzlich willkommen zu einem neuen video mit dabei heute explosion und wir spielen heute ein neues projekt es ist nämlich minecraft hardcore langweilig die wusch edition jeder hat von uns aufgaben die wir pro aufgabe eine folge mit und wir haben ihn richtig schön sporen was hast du ja ich würde sagen ich nehme mal die erste aufgabe ok oder auch erst mal erste aufgaben ich baue eine startung ist okay jetzt müssen wir eine stadt bist du wir haben hier ein schönes comic texture pack so comic artig in fps schonen und natürlich alles im hardcore mode weil sich da in den namen habe ich nur langweilig dass man passieren ja ich würde nichts aufhören sie ist ja nicht so ein bisschen holz ok ich glaube 15 holz reich am anfang und hier sind auch hasen und ist dahinten so scharf ich glaube ich nehme mal auf die friedliche art und weise mit mit habe halt ist an wie man gerade gesagt habe und machen auch so wenn man stirbt bekommen einen minuspunkt und es bedeutet dann eine aufgabe weniger die aufgaben sind einfach zu einem normal standard zur weiten mode und ich finde die kapitel richtig cool wir haben auch noch mal so weinen mode ist im überleben und das gut aufzubauen in der zeit ein standard mein kopf also ganz langweilig ich hatte das so spaß gemacht ja ja mein kopf also ganz langweilig ich habe zwei und zwanzig euro eis ok oh oh was ich habe fast ich habe fast auch fast ok ok hallo 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 geht es nicht ja oh oh was nein nein äh 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 dann such ich mal eine andere Richtung ok hier steht äh minus 2 zu minus 1 die steht 2 weil du ja schon 2 aber ich glaube nicht nur einmal ja junge hallo das ist auch dein zweiter ok steht minus 2 zu minus 2 ok jetzt habe ich schon mal richtig sicher hier wie viel eisen hast du nicht so viel warte häckern das das klick war einfach unsichtbar ich schwör das klick war unsichtbar wow es war einfach unsichtbar jetzt wirklich und so das schon mal sagen ich habe wie ich habe ich habe ein ich habe ein auf der spelle ein ein Babyzombie doch aushalten oder ich habe es noch nie gesehen baby zum jahr verabschieden ja aber dabei hilfe hilfe zeigts unten in die kommentare ob sowas selten ist ja ob ich es auch schon mal so ausgesehen habe oh mein Gott und hilfe oh mein Gott ist so viel hä? da ist ein Sklepp rein genau oh hey was soll ich machen wenn da tausende gefühlte Zombies da sind ob ich überhaupt da wenn da so viele Zombies sind ja weil ich das Geld brauche dass das Geld Knochen hat und mit den Knochen kann ich dann nämlich ein bisschen Knochen gehen machen ja das ist aber ein Knochen dass ich meine unendliche Essen vormachen kann dass ich meine unendliche Essen vormachen kann ja 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 Es sieht voll gut aus. Was? Meine Rüstung, weil ich bin jetzt voll leisen. Ich mach's, wenn ich's mal aufmache, aber ich mach's mir nicht. Warum nicht? Das kann ich nicht auf der Welt haben. Ah ja. Ich guck jetzt hier noch alles Zeug hier. Ich kann halt wirklich denn noch ein Banner machen, ne? Einfach ein Banner. Ja, weil ich hab richtig viel Fleisch und viel Wolle. Ich will nützen mit meiner Lieben. Ah, da wird es. Habe ich viel zu tun? Ich hab genug Springs. Ich kann mal hier auch eine Angeln machen. Und ein bisschen Angeln, darf ich doch mal erst mal. Und dann würde ich noch ein bisschen Zeug für meine Startup-Base holen. So. Kommt das hier noch rein. Ähm, so. Hier noch Touren. Touren. Ich hab' Touren. Ich hab' Touren. Was hab' ich gerade gesagt? Ich hab' keine Ahnung. Touren. Ich hab' die Touren. Äh, Touren. Ich hab' die Touren. Ja, ich hab' die Touren. Das sieht voll cool aus. Und das werde ich jetzt hier noch schön machen. Geil. Hältst du voll gut aus, ne? Das kann man so lassen. Ich hab' ein pinkes Haar gefunden. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Ich hab' alles aufgesehen. Ey, drop mir bitte deine Wolle. Ja. Jetzt werde ich dann auch Wolle eines pinken Schafs sehen. Wow. Ey, das ist so krass. Ey. Immer wenn man danach sucht, findet man's nicht. Aber ganz zufällig in einem Projekt Folge 1 findet man's. Das ist einfach so cool. Minecraft. Oh, langweilig. Oh, mein Ofen ist fertig geworden. Das ist voll cool. Zap. So. Und so. Perfekt. Oh, warte. Oh, warte. Ah, schlafen. Ja. Mein dritter Tod. Yay. Okay, von uns beide sind jetzt die Starter-Base sind fertig. Und von... Lass ich jetzt mal. Ich tue auf, wenn du nicht fertig bist. Ich werde es dann so schneiden, als ob du schon fertig hast. Okay? Also Leute, von uns sind jetzt beide die Starter-Base nicht fertig. Und ich gebe euch jetzt das Wort nur für die Kommentare, welche Bases jetzt besser ist. Gebe ich jetzt euch eine Symptik-Tray. éisworlden. Wirklichkeit. Gebe ich jetzt mit einer kleinen, auf dem Boden. Okay, das wird euch ein bisschen angreifen. Wirklichkeit. Bis zum nächsten Mal.